So, hallo Leute, ich habe die ganzen DSA-Sachen im Moment im Prinzip durch. Das Ifien-Wademekum hier ist noch das Letzte, was hier für mich übrig bleibt aktuell. Und gestern hatte ich das Swafnir-Wademekum und davor ja auch die ganzen Torwaller-Sachen. Und im Prinzip passt das ja hier auch alles noch ganz gut zu Torwahl, da die Ifien-Geweiden ja auch da oben im Norden herumlaufen und durchaus auch mal von Torwallerinnen und Torwallern geschätzt werden. Okay, wir schauen uns einmal hier wie immer die verschiedenen Abschnitte an, die es hier in diesem Büchlein zu finden gibt. Und angefangen natürlich beim Cover. Das ist jetzt recht klar, das ist jetzt nicht irgendwie eins von diesen ultra heftigen farbigen Riesen-Covern von den großen Hardcover-Büchern. Und das Backcover, da steht einfach nur das hier drauf. Also, ist nicht so spannend. Ist jetzt mehr so interessant, wenn man da vielleicht sich überlegt, ah, ist das denn auf dem Lab noch okay oder sieht das dann zu blöd aus? Genau. Normalerweise gibt es dann auch ein Inhaltsverzeichnis hier in der PDF, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier bekommen habe, ist das noch nicht der Fall gewesen. Aber das wird sicherlich dann noch nachgereicht. Und unser Dank für diese Spielhilfe gilt natürlich auf jeden Fall vor allem Christian Nehling. Und mit diesem, für die Wademeika eigentlich fast immer klaren, recht gleichen Inhaltsverzeichnis, wo es meistens nur so ein paar Abweichungen gibt für die Spezifika der Gottheit, gehen wir dann rein. Da haben wir erstmal ein kleines Vorwort. Und das zum Geleit, was es bei den Wademeika am Anfang oft gibt, ist dann hier mehr so. Winterkälte ist kostbar. Das ist sozusagen das Vorwort dann von der Ingame-Geweihten, die hier aus ihrer Sicht diese Dinge, von diesen Dingen hier erzählt, die hier drinstehen. Ja, erstes Kapitel vom Wesen der Milden. Da schauen wir mal ein bisschen rein. Da geht es erstmal los mit einer kleinen Erzählung. Aus Firn geboren. Und dann folgt auch noch ein echt tolles Bild wieder. Natürlich hier immer schwarz-weiß in diesem Bändchen. Und dann geht es hier so weiter. Und dann springen wir mal ein Stück weiter zu dem nächsten Abschnitt, Schnee und Hoffnung. Geht natürlich auch noch weiter, aber wir springen wieder. Und hier gibt es eben ab und an auch mal, also eher selten zwischendurch, aber vor allem am Ende gibt es noch diese paar Seiten, wo dann eben, wo dann, oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden hier in meiner Müdigkeit. Wo dann eben steht, hier magst du von eigener Hand ergänzen. Ich habe das dann auch irgendwann bei Uni-Arbeiten immer, bei irgendeiner Hausarbeit oder so, habe ich dann, wenn ich da so schon irgendwelche Kapitelüberschriften hatte und kein Material, habe ich dann immer schon unter die Überschrift, da wo es dann anfangen soll, wo der Text dann anfangen soll, habe ich dann immer schon genau diesen Satz auch hingeschrieben. Das kam dann auch irgendwann so von alleine, aber zum Glück habe ich es dann auch immer geschafft, noch von eigener Hand zu ergänzen. Das mache ich dann hier in diesem Büchlein natürlich eher nicht so. Ich werde mir die jetzt hier bei Zeiten auch noch mal richtig in physischer Form bestellen, aber ja, ich schreibe natürlich in der Regel nicht so richtig in Bücher rein. Weiße Federn und Kontraste, das alveranische Gefolge. Da haben wir dann erstmal natürlich ein bisschen was von Tochter und Vater, Firun und Ifin. Und dann machen wir einen kleinen Sprung zu den Kindern des Schnees, auch wieder mit einer kleinen Erzählung am Anfang. Vom Albernach des Volksglaubens. Die Nidari gibt es hier zum Beispiel auch. Ja, und nach der guten Nidari kommen natürlich auch noch einige andere. Wir springen dann weiter. Und zwar zu den schon angesprochenen Kontrasten, wie es in der Überschrift stand. Hier geht es zum Beispiel nämlich auch um Core. Und da wird hier auch der direkte Drache Farmerlor genannt, wonach auch hier mein Kanal benannt ist. Und dann springen wir noch mal weiter. Und zwar ins Kapitel 3 zwischen wohliger Wärme und beißender Kälte. Ja, da gibt es dann erstmal ein bisschen was über die bekannten Diener der Gottheit. zum Beispiel Eloinen Schwanentochter. Und dann springen wir noch einmal weiter auf Schwanenpfaden. da geht es dann zum Beispiel los hier mit dem Teriak-Schmuggel, gegen den man natürlich ist und den man unterbinden möchte. Dann machen wir wieder einen kleinen Sprung hin zu den bitterkalten Erscheinungen. Zum Beispiel die Eisfeen kann man dann nennen. hier auch noch mal ein nettes Bild zwischendurch. Könnte wirklich auch so auf einem Kirchenfenster irgendwie sein, ne? Finde ich. Bruderschaft der Kälte hätten wir zum Beispiel hier noch und dann gehen wir wieder ein Stück weiter in das nächste Kapitel zu den regionalen Ausprägungen. Schwanenwanderungen ist hier das erste. Fängt dann hier eben mit den nördlichen Gefilden an. Und dann geht das natürlich noch ein gutes Stück so weiter. Aber wir springen wieder und zwar ins fünfte Kapitel Liturgisches Wirken. Da wird uns erst einmal ein bisschen was über Ifeons Licht und Kraft erzählt. Dann gehen wir ein Stück weiter zu den Segnungen. Zum Beispiel der Feuersegen wird hier genannt. Und nach ein paar weiteren Segen geht es dann hier mit den Gebeten weiter. Natürlich auch ausgeführt, zum Beispiel hier zum Erwachen oder Gesuch an die Zuversicht oder Herzenswärme. Und nach einigen weiteren dieser Art fängt fängt dann das Kapitel 6 an Talismane und Artefakte. Da schauen wir natürlich auch rein. Hier erstmal die Eisrose von Jarlak. Der heilige Eiskristall ist hier natürlich auch noch und ein bisschen geht es noch weiter und dann gibt es hier zwischendurch auch dieses echt coole Bild. Ich glaube, der Polardiamant rechts unten ist der das wahrscheinlich. Der Polardiamant, nachdem irgendwie ständig Leute in Aventurien suchen und der nie gefunden wird. Der wird da auch noch genannt. Ja, und dann geht es weiter mit Kapitel 7, Der Weg zu Ithirn. Erstmal über die Hingabe und das Zusammenkommen und dann machen wir wieder einen Sprung zum Abschnitt Begeisterung die Weihe und dann springen wir direkt zum nächsten Abschnitt zur Freude Es gibt natürlich auch unterhalb dieser Ebene der unterstrichenen Überschriften gibt es natürlich auch immer noch diese normalen Überschriften da gehen wir natürlich wie gesagt nicht alles durch das könnten wir jetzt hier nicht so aber zumindest alle Abschnitte von diesen Unterkapiteln die dann auch unterstrichen sind die möchte ich euch nicht vorenthalten zumindest in ersten Auszügen Strahlen Hoffnung in der Dunkelheit So was haben wir noch das Kapitel 8 natürlich die Verehrung der Sanften erstmal Alltag Aufgaben dann gehen wir da einen Abschnitt weiter da gibt es nämlich noch ein bisschen was über die Stätten der Verehrung von IFIRN und dann geht es auch schon um Gaben und Spenden Hier haben wir auch noch mal ein ziemlich cooles Bild wie ich finde festliche Tage dürfen natürlich auch nicht fehlen der 30. Viron ist hier vor allem zu nennen und danach kommen direkt die Ziele der Kirche machen wir noch einen kleinen Sprung ins Kapitel 9 Sternenfall und Sternenschimmer erst einmal kommen hier einige Worte zu lichterfüllten Weissagungen dann noch Nordlichter dürfen ja dann im Norden auch nicht fehlen und dann geht es hier weiter mit dem IFIRN Funken ja gut hier wird natürlich jetzt im Gegensatz zu irgendwelchen Wademeca von früher von dsa 4.1 wird natürlich der Sternenfall hier auch aufgegriffen Verheißungen der Kristalle ist der nächste Abschnitt dann ja gerade Rondra hat es ja auch nicht ganz leicht im Sternenfall aber das Rondra Wademecum ist halt das erste gewesen und da wird natürlich jetzt nicht alles überarbeitet in dem Sinne dass man da den Sternenfall noch mit einbezieht also ich wüsste zumindest nichts davon dass das passiert ist die haben glaube ich nur sowas geändert wie das Schwert der Schwerter dann eben also Eiler von Schatten droht dann eben da ersetzt durch das neue oder ja solche personellen Dinge und natürlich Rechtschreibfehler und sowas so Strömung des Glaubens vom Schwan erwählt da haben wir zum Beispiel die Hüterinnen der Schwänen natürlich gibt es dann auch noch weitere ich glaube fünf verschiedene Strömungen gab es hier das ist natürlich bei so einer Halbgottheit die ehrlich sind jetzt auch von Spielerinnen und Spielern bei DSA nicht so sehr im Vordergrund steht wie andere Gottheiten ist das schon natürlich cool dass man das trotzdem alles so ausarbeitet ja und natürlich gibt es wie in den aktuelleren beziehungsweise mittelmäßig aktuelleren seit den mittelmäßig aktuelleren Wademeaker natürlich auch wieder Anregungen zur Ausgestaltung hier zum Spielen von Gewalten Das gibt es natürlich nicht so bei den ersten Wademeaker weil da ist es natürlich so dass ja ich weiß nicht da haben sie irgendwie die Idee noch nicht so gehabt das ist ein bisschen schade gewesen aber gut da geht das hier immer mal so weiter auch mal zwischendurch wieder ein Bild und ja die ganzen Anregungen das sind natürlich nicht wenige aber hier blättern wir jetzt nicht hier alle im Detail durch das wäre sonst auch ein bisschen fies und alles zeigen können wir wie gesagt eh nicht aber wir springen als letztes natürlich ins letzte Kapitel Kapitel 12 Moment waren wir nicht gerade na gut okay kann sein dass hier die Seiten Zählung ich weiß nicht ich habe das jetzt gerade selber nicht beobachtet Moment mal wir können das hier einmal kurz ist da hier irgendwie ein Fehler drin ne tatsächlich sind 12 Kapitel ja ne ihr seht es schon ich habe es ja vorhin auch gesagt die Vakatseiten erfülle diese Seiten mit neuen und ungewöhnlichen Ideen der Göttin zum Wohlgefallen ja und dann haben wir hier eben 4 5 ja freie Seiten eben und dann sind wir eben hier am Ende gut das soll es dann gewesen sein und wenn man hier nochmal ein Valemekum Update quasi an der Stelle machen sollte dann kann man natürlich sagen wir haben natürlich mittlerweile alle Valemekum der 12 Götter von Pryos also natürlich jetzt chronologisch ist es jetzt also Rondra war dann das erste ne aber jetzt natürlich von den 12 nach der Reihenfolge der 12 von Pryos bis Raya haben wir alle 12 und wir haben dann auch noch schön den Bund des wahren Glaubens der versucht die ja Gebote von allen 12 einzuhalten vor allem immer im Monat des jeweiligen 12 Gotts oder der 12 Gott hat mit diesem das Valemekum bekommt ich weiß gar nicht ob man die PDF einzeln bekommt aber das bekommt man auf jeden Fall auch innerhalb dieses Schubers für glaube ich insgesamt 40 Euro also man bezahlt irgendwie 25 Euro für den Schuber glaube ich dann so ungefähr müsste es gewesen sein das habe ich früher auch mal mir geholt weil ich natürlich das auch haben wollte und diese ganzen tollen Büchlein dann auch hatte und die schön in den Schuber packen wollte hatte ich auch mal hier ein Video gemacht glaube ich auch sogar ein Unboxing Video naja jedenfalls da haben wir also alle 12 und den Bund des wahren Glaubens und wir haben wenn wir die Halbgottheiten noch uns angucken dann sind das ja so 5 Standard Halbgottheiten und natürlich Korr ist immer für die Leute wichtig haben sie rausgebracht Arvis quasi der Abenteurer Halbgott haben wir auch und jetzt zu diesem ganzen Torball Zeug haben sie sich natürlich gesagt okay komm natürlich Swafnir Valemekum passt hier super weil die Valemeker verkaufen sich glaube ich jetzt auch nicht so mega gut und naja Iphirn dann docken wir das auch nochmal daran das heißt wir haben jetzt 4 der 5 normalen allseits bekannten Halbgottheiten so von DSA Aventurien und einer fehlt halt noch Nandus und ich habe so das Gefühl Nandus ich glaube das ist auch so der der am ich sag mal so am unbeliebtesten auch insgesamt ist von allen ich sag mal 17 Gottheiten und Nandus also der ist ja auch so mit dem Horasreich und so ein bisschen verbandelt unter anderem weil da ja auch viel mit Bildung und so weiter ist und ich denke mal irgendwie also ich kann mir vorstellen dass sie das einfach ein bisschen ähnlich wie hier machen vielleicht nicht mit Crowdfunding aber dass sie dann sagen ja komm wir bringen das dann irgendwie dann raus wenn gerade das Horasreich irgendwie erscheint Horasreich und Zyklopeninseln als Band erscheint dann kann man das da noch mit aufsatteln und dann ist er nicht so allein verloren da mit seinem Banemekum der Nandus das machen die wahrscheinlich thematisch dann ja aber wir haben natürlich auch das wir haben natürlich eine im Prinzip ja sechste Halbgottheit also wir haben nach was war das jetzt war das war das Mabo oder Itilia ich weiß schon gar nicht mehr auf jeden Fall da gibt es doch irgendwie offizielle Liturgien und da könnte man natürlich irgendwann auch nochmal ein Bandemekum machen und es gut okay es gibt auch noch das Cthulhu Bandemekum für den Kultisten das ist jetzt aber ein bisschen extern weil das normale Cthulhu Zeug ist ja jetzt normalerweise nicht in Aventurien drin genau und ansonsten könnten sie halt später noch ja ja klar man könnte den Namenlosen noch machen man könnte natürlich noch was zu den Erzdämonen machen also da ist da bin ich sehr gespannt ob da irgendwann nochmal was zu kommt ob sie da für den geneigten reisenden Paktierer noch irgendwas rausbringen ich könnte mir es noch irgendwie vorstellen dass sie das irgendwann machen weil die Leute fänden das glaube ich ziemlich interessant allerdings sind das natürlich auch teilweise harte Themen wenn man da ins Detail geht das ist dann auch so ein Ding naja ja und natürlich gäbe es auch noch so ein paar spezielle Sachen wie der Glaube der Maraskana und Rastulla und sowas alles das ist natürlich alles so ein Ding das könnte ich mir vorstellen dass das ja irgendwann noch kommt aber nicht unbedingt so früh und wenn man in die letzten Ecken geht von irgendwelchen Götterbeschreibungen oder so von DSA dann hast du natürlich am Ende noch sowas wie ja irgendwelche Achasgottheiten oder so da wird es dann sehr 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 extrem speziell aber gut wir lassen uns überraschen und ja dann soll es an der Stelle hier das erstmal gewesen sein und ja bis denn